Vielen Dank für dieses super Meeting. Ich glaube, wir sind inzwischen noch einen Schritt weitergekommen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein ganz schönes Wochenende. Geniessen das Wetter. Und dann machen wir weiter in der neuen Woche. Alles Gute! Ja, mach das! Schreib gleich noch auf wegen dem weiteren Vorgehen. Ja, das passt. Ich würde sagen, wir sehen uns nachher in der Süd. Wir sehen uns nachher. Ciao! So! Für die passende Servicelösung in jeder Situation wählen Sie jetzt das Team Internorm.